Sich jeden Tag verbessern zu wollen und dann auch zu merken, dass der Körper diesen Schritt mitgeht und sich verbessert, ist natürlich ein großartiges Gefühl. Das Ziel ist ganz klar, das Bestmögliche aus mir auf dem Platz und aus meinem Körper rauszuholen. Ich stehe relativ früh auf, mache meine Übungen, aktiviere mich, mache ein paar Mobilisationen, ein paar Stabi-Übungen und dann geht es natürlich darum, dem Körper wieder etwas Gutes zu tun mit den richtigen Nährstoffen, mit einem ausgewogenen, gesundem Frühstück. Und Me2Care hat mir ein individuelles Programm von ihren Nahrungsergänzungsmitteln zusammengestellt. Das Sportpaket ist dabei, viel Aminosäuren, Premium-Minerale, das heißt, ich kann mehr trainieren, ich kann mehr Gas geben, ich kann schneller mein Level erreichen und auch täglich besser werden. Wir haben einen Flugtest gemacht, wo man einfach genau schaut, was vielleicht bei mir noch ein bisschen fehlt, um mit den Produkten von Me2Care zusammen mein Ziel und auch das Ziel jetzt von Me2Care zu erreichen. Klar, wir sind gerade erst am Anfang unserer Reise, aber ich merke jetzt schon wirklich positive Aspekte, wo man einfach sagen kann, ey, ich fühle mich besser, fühle mich frischer und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Und bin echt gespannt, wo unsere Reise einfach zusammen hinführt und ob wir unsere Ziele vielleicht sogar übertrunken.